ja allo und herzlich willkommen zu Kronterstrike heute haben die die Kartoffel mit dabei ab 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 und ab und ab und ab und ab und ab und ab das ist schönes Spiel muss ich dir sagen ich Hallo Hallo Ohr Halloram, Halloram Brost, irgendwas Ok, er geht A, ich blieb, 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 blieb Wir sind im Wettkampfmodus und ich spiele diese Web zum ersten Mal Ich habe keine Ahnung, aber Master würde mir bestimmt helfen, nicht durchschnitten Nein! Nein! Ja, okay, das war, äh Ich bin, äh Alle A 90 in 3, super Ja, ich Hm, ich hasse immer solche Sachen Er holt sich nicht biegen in der ersten Runde Bommelig gewentrum Oh, Alter, die mute ich gleich mal Bommelig gewentrum Bommelig gewentrum Bommelig gewentrum Bommelig gewentrum Wir haben 3 Rambos, ne? Oh, ja, ich hab alle 3 gewentrums Ah, ich lass die erstmal noch, ich, äh, können die ja noch was Nee, ich, also, dieses Bommelig gewentrum Nee, nee Pink Fluffy Unicorns dancing on rainbows Pink Fluffy Unicorns dancing on rainbows Ich, äh Bitte mute sie, alle Ja, hab ich grade getan Danke So, war nehmt Haben sie grad alle gelacht oder so? War nehmt ma denn? War nehmt ma? War nehmt ma, war nehmt ma UMP Nehmt ma Oh nein Und Seth Let's move out Ich bin noch so Counter-Strike Source gewöhnt, ne? Affirmative Ich gar nicht Ich hab CSS gar nicht gespielt, glaub ich Doch, ich hab über 2000 gespielt Ja, ich würd sagen, einer oben, einer on front, ne? Ja, ich bin unten Mitte einer, Mitte ist die Bombe Guckst du auf den Schacht? Ach, ein Schacht wurde aufgeschossen Schacht wurde aufgeschossen hinter dir Was ist denn ein Schacht? Da oben ist so ein Schacht, wenn du nach rechts guckst Okay Da ist einer drin auf jeden Fall Achso Kannst du mich pushen? Komm mal her, komm mal her, komm mal her Jo, 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 jo Nice one Komm her Erstmal noch lang Naja Ich bleib hier Im Schacht, oder? Nee, direkt davor In der Mitte Aber ich hab noch 7 HP, das ist ein bisschen scheiße Ja Die müssen ja kommen, von daher Ich hoffe, du hast dein Headset auf Ja Gut Vielleicht sieht Menschen Oh nein Wer kauft sich denn beide auf A? Ich hab noch 7 HP, GG Na, ich geh grad ein bisschen außen rum Ich geh grad ein bisschen außen rum Ja Ich hab grad keine Ahnung wo ich bin Ja, einfach Richtung A gehen Einfach Richtung A gehen Einfach Richtung A gehen Bei denen am Spawn bin ich glaube ich Einfach Richtung A Und Einfach Richtung A Und Richtung A Ja Okay Mit 7 HP kannst du nicht rufen Und jetzt ist hier natürlich eine Tür Warum ist hier verdammt nochmal eine Tür? Rechts Da links Da links Hinten Der könnte von hinten Nee, kommt doch nicht Links im Gang ist einer auf jeden Fall Da Und war der Rechts Auto noch Ich wollt grad das sagen Und beim Auto war noch einer eben Aber egal Nice Selfie Was? Nice Selfie Potato Cake Die schwärben wieder von deinem Bild Achso Ah Was findest du eigentlich besser? Die Waffen Oder ohne Schalldämpfer? Mit Aber die hat so wenig Munition Das ist natürlich Naja Deswegen hab ich mir jetzt versucht auf die Andermann zu steigen Ich hab bis gestern noch alles übergeschritten Flash in der Mitte Ich höre alles Ich glaube nicht Ich liebe dieses Effekt Erstmal während Augen machen Nö, ich hab aber nicht gesagt welches Ich mach mal meinen Gaming Modus von meinem Bildschirm an Dann seh ich ihn Ja Klar Sagt glaub ich Sag mir einfach wenn nur einer kommt Achso gut Hast du die rechte Tür? Ich hab die linke Alles klar Wenn ich du wär würd' ich mich in die Tür stellen Wenn ich du wär würd' ich mich in die Tür stellen Wenn ich du wär würd' ich mich in die Tür stellen Ein Stück zurück Ja das sind sie Ja das hab ich verschiebt Und die werden dann bestimmt alle sein Ja alle A Komm Hallo Geh mal hier rum Ich hab zwei Good job komm Hive 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 Komm her komm her komm her Spring Hive 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 Lärm G touch Aber una Du lämst immer so fest ay Da block dich Hive HIVE Als Alle Fingern gebracht Ist erstmal messen sie mit sich drum Ich gucke mir eben noch die Rebroadcasts von den und äh laut Meisterschaften Hab der das ernst Folla Ja, der läuft auf den zweiten Bildschirm So, wir machen die Taktik nochmal, ne? Ja, ich hab da unten den Smock. Ich finde das gut, dass deine Elo so tief ist. Also auf dein Ranking. Bei LOL hast du das ja Elo. Weil dann treffen die Gegner nix. Das ist cool. So tief ist ja nicht. Ich bin ja kurz vor Gold. Ja, ich bin jetzt abgestiegen. Aber zusammen kommen wir Gold. Und ich komm, äh... Das Ziel ist... Ich komm World Challenger. Wir machen einfach immer wieder die Taktik, du rechts, ich links, ne? Ja, ja. Ja, ich verschieb. Bin am verschieben. Der eine von Mitte geht auf A, dann geh ich in die Mitte. Ok. Obwohl, ne... Es sind noch drei auf... Ich bleib hier. Ach, boah, warte. Also die sind noch unten, weil... Geh mal durch die Mitte. Hat einer gestorben von uns? Ja. Also das Leben ist 2 gegen 2. Einer ist on-spot, 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 on-spot. Ja, warte, warte, warte. Boah! Ok, das ist... äh... Der eine steht rechts direkt und einer steht gerade auch durch. Da ist er. Und unter dir ist einer. Good job, bro. Das war jetzt ein bisschen aimbot-hackig, aber... Das war... Gutes Kit. Ich bin scheiße auf dich. Boom! Ja, das hab ich vergessen. Das ist wichtig. Ich... 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 Diese präzisen Ansagen konnten wir die Gegner eliminieren. Was hast du mit Marcel gemacht? Wer bist du? Ähm... Ich überleg was... Der drückt sich so eloquent aus. Das bin ich nicht gewohnt. Ach ja. Hast du nen Kit? Ja. Oder ist es an deinem schönen Arsch? What? Ich hab dir grad 30 abgezogen damit. Ja. Aua. Normalerweise... Mit Linksleaf verliert man normalerweise 7 oder so. Hast du keinen Kevlar? Doch, hab ich. Hast du dich in den Rücken geschlagen? Achtung! Wie? At least 2. Also Steps sind auf jeden Fall... Wirf mal ne Nate rein. Hatte ich grade vor. Gute da bei Nate. Die hat auf jeden Fall gesessen. Das hat glaube ich wehgezahlen. Da ist einer. Links! Links! Links ist noch einer! Ähm... Der hat auf jeden Fall die Nate gefressen. Also da hat auf jeden Fall einer ges... Der ist da unten. Flashbang! Ist da doch... Haben nur 13 HP, ne? Das hat auf jeden Fall einer gescoped eben. Ich hab den Schaft, ne? Der rennt übers Dach über die Mitte. Er kommt von Citys von, geht der? Ich glaub der geht A. Ja. Ja ich gleich mal langsam hin. Ja. Ich geh wieder durch die Mitte. Ja ich geh wieder übers Auto. Schieß mal ein bisschen, dass die abgelenkt sind. Moment. Erstmal den Schalddämpfer abmachen. Kein Schalddämpfer. Ich geh noch die Leiter am hochklettern. Ich will mich grad am ansteaken. Hier ist... hier ist keiner. Aber wir müssen irgendwo in der Ecke sein. Ich seh nichts, ne? Kannst mal anficken. Da ist er hinter der Tür. Einen hab ich. Fick einfach an. Hab mal die Tür im Blick bitte. Die Tür, die Tür, die Tür, die Tür, die Tür, die Tür. Tür, die Tür, die Tür! Oh! Ich hab dich. Keine Sorge. Ich hatte so Panik. Fang ich auf. Ja komm komm. Na. Wow wow wow. Wo ist denn? Ich bin verschwunden. So. Ich kauf wieder, wir kaufen wieder Nate und Flash. Ja klar. Zwei Flashbangs, Rauchgranate, HE. Alles dabei. Nö ich hab die nicht voll, voll bei. Warum nicht? Warum blockst du mich nicht? Warum laufen die alle stehen? Achso, sie wissen nicht wie man kauft. So. Krass. 3, 2, 1. Ähm. Ich sag dir, ob jemand durchrennt, ne? Mhm. Woah. Bleib du da. Bombe rückt oder sowas. Ne, die Bombe liegt nicht. Unser Tier hat grad ultra verkackt. Aha. Wow, zwei, äh, auf A sind auf jeden Fall welche. Komm. Ich geh wieder über meinen, ne? Also über den Steg. Bombe liegt, Bombe liegt bei mir. Oh, durch die Wand im Kopf. Durch die Wand im Kopf. Boah, Alter, hat immer einige gegeben. Flushbangs. 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 Nice run. Weißt du wie das aussagt? Ich hab mich geduket. Und bin dann hoch. Ich hab noch einer mit ne Arme. Ja, ich weiß. Ne, zwei hatten ne Arme. Grenade out. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Ähm. Das sah zu witzig aus. Ich war gedukt. Und, ähm. Und hab dann... Bin dann kurz hochgekommen, hab einen Stoß gemacht. Und dann hab ich dann wieder gedukt. Und das war auch noch im Kopf. Dem davor hab ich durch... Dem davor hab ich durch... Dem davor hab ich, ähm... Wie sagst du eigentlich? Ein 70er-Pink. Ähm. Dem davor hab ich... Einfach mal durch die... Ich bin im Hintergrund nicht am Hochladen oder sowas. Nein. Achso. Ja selbst dann hab ich kein Hyping. Ähm. Ich habe... Das witzige ist auch... Ich hab davor einem auch noch durch die Wand in den Kopf gegeben. B. B. Three. Durch... Einer ist durchgelaufen. Zweiter durch. Noch... Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Wirf mal ne Nate. Wirf mal ne Nate. Ich hab ne Flash. Ich hab ne Flash. Da kommt einer rein. Ich hab ihn nicht getroffen. Ich bin gestorben. Ähm. All it be. Oh, da hat er noch nen Boom-Skin. K. 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 Amwohl, ne zwei Arbeits sind unnötig. Ehm. 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 Ich kaufe mal wieder meine M4. Glaub ich cufflich smoke immer viel zu früh. Ja, tust du auch. Ich kenne die Map leider nicht. Ich stelle mich wieder an die Ecke und sage dir dann, wann ich Schritte höre und dann werfen wir einfach mit Doppelnähter hin. Alles klar. Das kommt gut, sieht gut aus. Das Ding ist, ich höre auch, ich höre alles. Ich höre auch, wenn die eine Granate ziehen oder so. Das ist echt heftig. Ich habe den Schacht kaputt. Deswegen hasse ich es auch so, wenn du so ein Team hast, so rumschreien. Ich habe den Schacht von hier im Blick. Ja, alles klar. Ich glaube, die gehen wieder A. Ja. Ding, love the universe. Ja. Mitte, Mitte, Mitte. Da steht einer, da steht einer, da steht einer. Zwei stehen da. Noch links ist auch noch. Da ist noch einer. Einer hat es gerade angefickt links, der andere ist hinten auf dem Dach. Ah, der hat eine Awe gehabt da oben. Geh nicht hin, geh nicht hin, er steht immer noch auf dem Dach. Nicht, nicht raus, nicht raus, bleibt drin. Ich habe es dir gesagt, aber ich hört man ja nicht. Wo hat der geschossen? Oben auf dem Dach war der. Dach. Ich habe dir gesagt, geh nicht hin. Nein. Nein. Nein, der Micha musste ja. Es hat geglitzert. Da musste ich hin. Eine Kugel sah in der Sonne so schön aus, dass ich einfach hin musste. Hätte eigentlich smoken können. Ja, der hätte smoken können. Ach Gott, Alter. Du bist der erste. Warum will ich nicht essen? Besser als du. Einer step. Zwei steppen. Wirf. Grenade out. Grenade out. Boah, ich bin blind. Einer ist links an der Tür. Einer unter dir. Direkt rechts unter dir. Ich kann nicht raus. Ich komme raus. Warte. Alles klar. So, die Aabe smoken wir jetzt dicht. Ich habe 6 AP. Ich kann nicht viel machen. Ich habe 34, so. Die Aabe haben wir jetzt dicht gesmokt. Die können nichts mehr machen. Da ist noch einer im Raum. Wo der Schacht ist. Was? Hast du mir eigentlich zugeschaut gerade? Warte, ich lebe noch. Achso. Verpiss dich. Das habe ich nicht. Ich? Nein, nein. Hier einer von den Rambos. Rambo, Rambo Bra und Rambo Cousin. Rambo Cousin, Rambo Bro und Rambo Cousin. Let's get this done. Ja. Also, die Namen sind ja witzig, ne? Aber wie sie rumgeschrien haben am Anfang ging gar nicht. Ne. Wir schreien wahrscheinlich immer noch hin. So, warte. Einer Mitte. Mitte Down. Noch einer Mitte. Booste mich mal bitte. Obwohl, ne, ich... Doch, 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 doch. Im Schacht ist einer. Ist... Ne, da ist noch keiner. Ja. Die Kombi... Oh, warum kommen die nicht? Jetzt hätte ich so voll so von hinten so... In... 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 Die sind alle im Seitengang. Huch. Die ist denn da runter? Grüß. Das war ein. Nice. Ich hab ne Arbe. Ich hab die gesucht, wo ist die? Wo ist die? Wunderschön, ich liebe den roten Mühlchen. Ich liebe ihn. Dieser 3K, ne? Alleine den einen, ich seh den nur so rumlaufen, ich geb so einen Sturzab-Ecke rum. So, hä? Ich werde nix mehr. Hast du dem grad ne Arbe? Ne. Den gar nix gegeben. Oder ich hasse auch, wenn das Team steppt, ne? Boah, das ist ja nicht. Hallo. Hallo. Ich hab auch grad Hallo. Ich zieh genau auf deinen Kopf, ne? Wo ist das, wo ist das für mich? Ich hab mal außen rum. WTF, wo bin ich hier? Ich hab mich so auf unten fokussiert, der war oben. Ähm. Warte, ich kann dir gleich sagen, wo du bist. Wenn er dann mag. Ja, jetzt bist du an der Seitentür. Ziel! Ziel, Ziel, Ziel! Rechts an der Ecke. Von der Tür raus. Dass du dich treffen kannst. Links auf dem Dürcher-Länder. Ist du nicht? 52 und 2? Egal. Ich hätt dir alle drei Spots sagen können. Ah, egal. Das ist sowieso ne 3 gegen 1 Situation mit A, aber da bin ich echt so untalentiert. Ding! Du-dun du du du-dun! Gib mal probier's mal mein Glück! Dörte ich mal oben hin? Ja! Ja chill. Aber nur weil du bist. Sag mir Steps an, ne? Tops Ja, guck die ist in Mitte. Ich gehöre keine Steps. Ich glaub die sind wieder A. Ja man. Das war Fail. Komm mal von hinten. Oh ja bitte komm von hinten. Okay ich bin jetzt gleich an der Seite stehen. Einer ist bestimmt wieder hinten in der Ecke. Bommelut belegt. Habe ihn. Gut. Deine Bombe. Danke. Dann bin ich auf Zweiter. Nein bin ich nicht mehr Assistent. Guck mal ich hab ne Arfe. Boah ich würde so gerne abdrücken. Ja ich auch. Ach nee ey. Aber nee. Da kriegt man immer so ne Strafe. Sagt sie eh erst immer. Oh nein nein. Ich kann dich schon wieder gebannt werden. Ja. Ich wurde doch grad erst gebannt. Da haben wir zwei AWP's auf B. Ähm ne. Ich hab meine abgegeben. Das war gut. Mitte Mitte. Zwei. Einer ist im Schacht. Kracht hab ich. Kracht ist offen. Smoke. Ist keiner raus. Ich will aber. Ich schieße einfach No Scoop irgendwo hin. Ich hab hinten ne. Einer steht links in der Ecke von dir. Wenn du durchguckst am Gang. Links steht einer. Glaub ich. Fire in the hole. A drin. Ne. Okay. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Die letzten beiden sind auf A. Ja aber war doch der Smokey. Letzte Terre ist auf A. Ja aber ich hab den Schacht gezogen. Ähm. Bombos Mitte. Verdammt. Ey ich hoffe davon keine. Ich hoffe das überspringen die Leute. Ich stand grad so. Der stand so afk da. Ich zieh so mit der Diegel genau auf seinen Kopf. Schieß. Treff nicht. Schieß. Treff nicht. Die ganze Zeit. Und irgendwann hab ich die Arme gemacht. Oh Gott. Das sieht richtig. Das sieht richtig. Richtig affig aus ey. Ich hatt's gerne gesehen. Du darfst es in der Aufnahme sehen. Ah ok. Gut. So 20. Minute. Flushbank. 21 Minuten schon. Throw in Flushbank. Ich hab den Schacht im Blick ne. Wie gesagt. Ja durch die Tür. Ja ich hoffe. Ich hoffe auf lucky Shots. Wäre doch ein witziger Running Gag. Einer ist bei denen. Der hat gewartet. Der ist schon A glaub ich. Ich dachte das klappt, aber er hat nicht gefunden. Ja da war es ein bisschen laut. Ja er war viel laut. WTF ist mit denen los? Eigentlich habe ich keine Facecam, weil der hat die Folge nicht verstört. Ich hab die Bombe. Ok wo geht's hin? Weiß ich nicht. Ich hab die alle gemutet, wir folgen denen einfach mal. Ok, wie? Oh schuld. Wieso steht da eigentlich Vollautomatik? Die Pistole ist nicht Vollautomatik. Ja das ist ein... Feuerstoß und Halbautomatik ist das. Ok, wo werden wir gerade hin? Vielleicht sollte ich nicht Vorgehen mit der Bombe. Aber warum eigentlich nicht? Von... äh... von Mitte? Schlappt ist einer. Oben ist einer. Oben ist einer. Nein. Ich... 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 ich bin... Ich konnte grad nichts machen, sorry. WTF? Ich... 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 ...woll grad grad in die Ecke laufen, ich bin dreimal zurück... ...gesprungen, so teleportiert. Ja, ein kleiner Drop-Hass hat jeder Himmel wieder gemacht. Ja, ein Ping von 99, was ist denn los gerade? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist da los? So, jetzt verlieren wir noch. Jetzt holen wir alles auf. Kotz dich aus. Ich kann dich verstehen. We must move! We must move! Nope. Ja, we must move, er bleibt stehen. Ui! Ui! Ja, Pink Fluffy Unicorns. Rainbows, Pink Fluffy Unicorns. Rainbows, Pink Fluffy Unicorns. What the? Da ist da schon einer. Der Vollidiot hat die Tür aufgel... Warte! Der Typ hat die Tür aufgelassen, der Vollidiot. Hab ihn, hab ihn! Leg die Bombe, leg die Bombe! Planet! 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 Leg das Ei! Komm, spawn einer? Ich bin tot, also ich kann dir sowieso nicht mehr helfen. Ding! Warum kommt der Typ dann zu mir? Ich mag dich. Ich bin jetzt unter Nate und die werden beide tot. Ja! Ding! Oh! Juhu! Ne? Ich dachte, er stirbt noch. Schade. Wie viel hab ich ihm gegeben? Ne? Ich hab keine Ahnung. 39. Aber die sind grad echt scheiße, muss man sagen. Ja, weil wir nicht zusammengehen. Zwei sind A gegangen. Zwei sind A gegangen. Zwei sind AB. Zwei sind B. 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 Ja, jetzt gibt's ne AK. Ich hab die Bombe. Alles easy. Wir gehen jetzt, ähm... Ich trau mich grad nicht, die Sprache nachher vorzulesen. Mach's gleich. Let's go! Ach, PewDiePie! Haha. Warte, geh zurück, geh zurück, geh zurück! Jetzt! Ach, ich bin da ein B. Ich hab nichts gesehen. Oh! 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 Hab ihn! Hab ihn! Runter, okay! Ja, wirklich. Komm, Rambos Bro. Mit Megan Fox in, äh... Kofi-Bild. Mustard. Ich glaub, der laggt grad ein bisschen, der Junge. Komm, 2-on-1. Das schaffst du. Ich hab übrigens gestern im, im Rank bei... CSGO, äh... 5 gegen 1 Situation gewandt. Ich war voll stolz, nur noch. Hehehe. Hab ich, glaub ich noch nie geschafft. 4 gegen 1 hab ich mal geschafft, aber 5 gegen 1 hab ich verkackt. Nochmal das Gleiche, komm. Nochmal das Gleiche? Oh, an der die Waffe! Nee, nee, nee. Wo ist denn hier? Let's go, let's go! Smoke! Oh, fuck dieses Smoke, die Scheiße. Oh, die ist auf dem Dach gelandet. GG. Auffahren. Bleib mal ein bisschen da hinten. Was einer von hinten durchkommen will. Bleib nicht zu weit hinten, dass du schnell verschieben kannst, bitte. Wow, jetzt stirbt der nächste, pass auf. Grenade out! Von hinten, oben ist einer. Alter, der, das muss in den Kopf gegangen sein. Oh, die Bombe ist down. Wo liegt die Bombe? Hä? Oh, die liegt im Schacht! Hilfe! Push, push mich! Pushkick! 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 Nee, nicht in die Mitte, da steht ne Ase. Okay. Bin flashed. Komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Einfach zu mir hier. Komm! Hallo! Schöne! Hallo! Hallo! Ich gehe durch die Tür. hier, oder? Smoke in Mitte Wir müssen Gas geben Löw dich, löw dich, löw dich Ja, leg, 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 hier in der Ecke Ich leg einfach mal hin Ich hab Mitte genadet Geh mal hier in die Links rein, ne? Ja, jetzt sag ich, wenn ich irgendwas höre Flash? Hast du bestimmt auch gehört? Steps jetzt, ey. Steps? Bei mir kommt was. Hab ich gehört, die Steps? Good job, Bro. Wir regeln das. Ich bin rausgehend jetzt. Komm! Ey, Acker! Du hast ja gar keinen Skin dafür, what the fuck? Ich hab gar keine Skins. Wie langweilig bist du? Ich hol mir jetzt die Mitte weg. Sie kann dies nicht fallen lassen. Messer. Sie kann dies nicht fallen lassen. Hoch-Explosiv-Granate. Ach nein, da oben ist ja ein... Was ist denn bei dir passiert, ey? Ich hab... Wollte ne Flash nach oben werfen, um den Gegner zu blenden. Und dann hab ich vergessen, dass da ja ne Scheibe oben drin ist. Ich flash mich selbst. Und... Ich bin blind. Ich bin blind. Da! Alter! Da gab's doch gar... Oh man, alles... Wir haben die Runde nur wegen mir verloren. Haha. Sean, Sean lieber dich. Kann ich fühlen. Nein! Warum? Warum? Das ist dein Handy. Aua. Mein Handy ist gar nicht über ne Weichweite. Aber es hat grad so gefiebt. Das... Ich hab für ein Schiff. Da fliebt das bei mir immer so. Weiße. Low-Commit and Rush. Okay. Hab ich getan. Das Tor müsste jetzt perfekt gesmoked sein. Pass auf, der steht da ja noch. Boah, zwei Leute stehen da. Ich weiß nicht, wie mein fuck. Go A. Too much. Go A. Go A. Go A. Go. Go A. Gab's irgendeiner hinterm Rauch? Ja, unser Team. Ich schieße so scheiß mit der Arkanel. Einer ist in der Mitte. Der geht jetzt irgendwie in den Schaft rein. Sch, 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 sch. Hoh... Nein! Nur... Die sind... Ich hab so nen Fe... Ich hab so nen Fe... 2 Runden schaffen wir noch. Irgendwie schaffen wir das. Sparrunde anscheinend. Echo! Echo, 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 Echo! Ja erstmal rushen. Gelb stehen dann. Ja der muss doch kaufen. Er überlegt grad welche Waffe am sinnvollsten ist. Welche Pistole. Oh Gott. Eine muss durch die Seitentür. Go, go, go. Geht doch mal durch da. Komm drück. Eine down. Immer das eine. Nein ich wollte nur die Waffe nehmen. Warum verstecken die sich nicht? Warum rennen die offen rum? Pass auf, pass auf da kommende Mitte. Konzerte kommende Mitte. Da würd ich jetzt nicht mehr gehen. So hardcore geblendet. Guck mal sie gehen immer offensiv anstatt dass er da hinter der Ecke bleibt. Ey das ist nicht die Bombe. Ge weg da. Hallo. Ge weg da. Das ist kein Spielzeug. Ge weg. Ge weg da. nach oben die wollten immer nach oben oh er schleicht schon du schleicht schon das ist gut solche smoke auswerfen wo die überall sind das ist unglaublich hinter dir der ist in dem raum rechts, der kommt gleich von rechts von der Tür auf nein nicht ganz rechts nein da rechts juhu steht direkt rechts um die Ecke ja da war ich direkt auf Kopfhörer du hast die Treppe nicht geahnt rechts die Jürgen ihr werdet einfach mal die voll reinmöschen wenn sogar ganz vorne mit der P90 einfach rein läuft schon nach so ideal wie so und die 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 das war noch verbedingten zur Feier des Tages wir haben schon gewonnen ey, sagt das doch nicht zu früh eine müssen wir noch die müsste jetzt immer mal gut sitzen ich will nur gucken ob man das Moog wird oh ja ich komme hinterher ich gehe mit B weil ich das so gut gehabe ja GG ja wohl das war total Lackschutz aber egal Operation Phoenix Kiste ist geil ich habe alle Gegner gemutet weil jetzt kommen die wahrscheinlich bei dir rum oder äh nö eigentlich nicht alles chillig so sagen wir noch GG war ja ein gutes Spiel ansonsten lass ne Bewertung da wenn es euch gefallen hat und abonniert genau ich hab beim Kapapfel vorbei der Link ist in der Beschreibung der allererste da unten und ansonsten bis zum nächsten Mal haut ihr rein tschüss so wenn euch das Video gefallen hat lasst mir doch bitte ein Like da und schaut doch mal bitte bei Venus vorbei er ist ein cooler Typ unten in der Beschreibung steht der Link auf der linken Seite findet ihr mein letztes Video bzw. unser Borderlands 2 Video ich danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020